Gut, Lavaklumpen, huch, ich hab doch ihn doch umgebracht, okay scheinbar nicht, na gut, dann nicht, gut, ja und Mana, ne, hm. So, Hauptsache sein Loot, können ihn auch immer explodieren lassen, ja toll Alter, jetzt häng ich hier fest, ja ich geh einfach mal da lang, da sind zwar viele Feinde, aber so sei es, ich probier mal die einzeln rauszuziehen, ne, ich glaub das macht am meisten Sinn, wenn ich zum Beispiel sage, den da mit dem Feuerball, oh shit, so viel zum Thema einzeln, aber gut, ich kümmere mich erstmal um den Dicken, warum kann ich denn das Item, was da unter mir liegt, nicht aufsammeln, er hat mich nicht gekillt, also hat mein Schild doch nicht mit einem Schlag zerstört, wow, schon wieder einer, kommt der denn her, das ist nicht einer von da hinten, na gut, ich glaub die Kohle wiegt zu viel, das ist glaube ich das Problem, Mann, die hasse ich jetzt schon, ich hasse sie jetzt schon, alter, keine Chance, keine Chance, Ich muss ihn einfrieren und abhauen, nein, setz dich doch nicht hin, was machst du denn, alter, Ey, das ist doch nicht wahr, frost, Scheiße, 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 wir sterben so oft, oh nein, okay, was soll's, Mann, alter, diese Hundefiecher da, die sind übel brutal, bin ich ehrlich, und wenn ich jetzt gleich reinlaufe, Ich glaube, ich werde direkt mal Akteur benutzen, weil eben gerade die ganze Zeit, ich musste so wegrennen, dass ich die ganze Zeit keine Ausdauer hatte, ne? Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, vor allem damit ich jetzt da, huch, Flauschi, was läufst du denn rum? Lass mich durch! Es gibt nämlich neues Gebiet zu erkunden, musst du wissen, und da will ich gar nicht viel Zeit verschwenden, Tut mir leid, ich muss los, und Feuertrank habe ich mir nicht gegönnt, ich glaube, das mache ich mal, Halt, hier, weiß ich gar nicht, ob wir den brauchen, ich glaube ja, und ich habe außerdem Angst, dass der da immer noch ist, Deswegen, ich laufe mal durch und mache dann sofort Akteur an, so, Akteur, und da ist auch der Hässlige direkt, Ich versuche mal, um ihn rumzurennen, weil der da ist langsamer, aber er ist auch für den Scharfschütze, ne? Oh, oh, Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht, er sieht mich nicht, sehr gut, Er kommt, ne? Da! Da sind die Portalsachen, kann das sein? Gut, der Bogenschützer hat von mir abgelassen, kann ich mich jetzt hier endlich mal wegbewegen? Wir kommen kein Stück voran, die ganze Zeit nicht, aber gut, was soll's, so, tatsächlich, hier sind die Portalsachen, ne? Ne, das sind die Portalsachen von eben gerade, aber hier sind zwei und nochmal zehn, kein Plan! Und Kohle? Kein Platz für den Inventar, hm... Hier, komm, den hör nicht mehr, was soll's! So, und dann gehen wir mal hier lang, ich versuche den mal mit nem Feuerball herzulocken, stattdessen läuft der weg, vor dem da hab ich Angst, ne? Ich hab so Angst vor diesen Reptilienhunden! Soll ich einfach mal laufen, weil wir gerade eine Ektür haben? Ja, ne? Ich lauf mal durch! Und versuche einfach alle zu outrunnen! So... Lauf um dein Leben! Huch! Ein fliegendes Vieh ist hinter mir her! Da! Gefallene Valkyre, Alter! Wow! Okay, ich lauf schon! Gott sei Dank haben wir Ektür! Huch! Soviel zu dem Thema! Ich sterbe! Ich sterbe! Das ist nicht wahr! Lauf, 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 lauf! Sieben! Lauf um dein Leben! Ist nicht wahr, Alter! Ich kann nicht mal meinen Stab wegpacken! Vor allem, ich glaube, die Valkyre werden wir nicht mehr los, ne? Ich lauf einfach mal hier an der Küste lang! Das heißt, wenn wir sterben, können wir mit nem Schiff nämlich uns irgendwie saven! Hoffe ich mal! Und ich hoffe einfach, dass wir sie echt outrunnen! Wenn ich nur lang genug renne! Der da lebt noch! Und er es tut! So! Energieschild! Achso, ist noch! Aber... Portal baue ich mal! Wow! Was bist du denn? Was bist du denn? Vulkangeier! Was droppst denn du so? Vulkangeierfleisch! Und Vulkangeiereier! Geiereier! Ja! Sehr gut! Soll ich das mal kurz wegbringen? Ja, ne? Warum ist das nicht verbunden? Was ist mit den Portalen los? Die sind irgendwie buggy! Weil das müsste doch verbunden sein! Ich mach mal Leerzeichen! Okay! Entfernen! Okay! Das hatten wir eben gerade auch schon, ne? Das ist ganz schön nervig! Als wäre es hier nicht schon schwer genug! Der kommt auf mich zu, ne? Hm... Nochmal abreißen! Nochmal hinbauen! Und der kommt! Ich geh mal näher ran, damit meine Dinger besser treffen! Ja, und was soll das hier mit dem Portal jetzt? Find ich gerade ganz schön nervig, ehrlich gesagt! Soll ich weiterlaufen? Muss ich ja! Ja! Eigentlich wollte ich jetzt erst mal Sachen wegbringen! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ähm... Was lass ich denn hier? Das ist alles wertvoll! Nee, komm! Ich muss erst mal Sachen wegbringen! Also, ich verstehe nicht, warum das mit den Portalen gerade nicht klappt! Ich versuch's nochmal! Ich baue mal hier oben vielleicht beim Gras! Oh! So! Gut! Und nochmal! Komm schon! Nicht verbunden! Warum nicht? Hä? Äh? Äh? Das find ich grade richtig nervig! Weil... Was... Wie? ich muss doch irgendwie wegkommen. Ähm. Ich gebe mal Not ein. Wir haben ja unser Notportal. Das verbindet sich. Ich gehe mal durch. Kann es sein, dass leere Portaldinger nicht mehr funktionieren? Ich will mal kurz was ausprobieren, weil da, unser Reiseportal, ne? Ist nicht connected und es hat keine Portalkennung. Wenn ich jetzt hier ein Leerzeichen eingebe und dann da auf der anderen Seite auch beim Notportal, das probiere ich gleich mal aus. Aber erstmal halt, den Loot schmeiße ich doch hier oben hin. Plus, die stolziert wieder durch unsere Base. So, hier schmeiße ich das mal runter. Geierfleisch Geier-Eier So, das hier und das war zu viel. Äh, gut möglich, dass es daran liegt, ne? Dass Portale ohne Kennung jetzt nicht mehr funktionieren. Aber gut. We will see. Ich gehe erstmal nach oben und schmeiße mich in eine Pofe. Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und wir laufen direkt wieder los. Natürlich würde ich jetzt sofort den Portal, ins Portalraum rennen. In den Portalraum rennen. Aber wir müssen jetzt zu unserem Notportal. Gott sei Dank habe ich das mal gebaut. So, hier sind wir. Und jetzt probiere ich mal aus, wenn ich Leerzeichen mache. Nicht verbunden. Ich verstehe nicht, warum der das nicht vernecktet. Hm. Gut. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir ziehen einfach mal weiter. Hier an der Küste fühle ich mich eigentlich ganz sicher. Weil zumindest auf der einen Seite keine Viecher sind. Obwohl, da sind fliegende Viechers. Oh, man sieht gar nichts mehr. Ich gehe mal da so lang. Surtling. Hier lang. So. Oh. Hier sind einige Surtlinge gestorben. Gut. Da würde ich sagen, ich kümmere mich mal kurz um die. Ah, hier ist der Wirt mit Stein. Was sind das für Grauzwergmethoden, sag mal. Naja, gut. Hm. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier ein Mädchen was Neues... Ach nee, wir sind noch gar nicht in Neuerkundetem. Wir müssen noch ein Stück weiter. Na gut. Ich habe ja eigentlich gehofft, hier ist nur das alte Ascheland. Und wir kommen dann in die Nähe und dann sieht man da das Neugenerierte. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Was soll's? Hauptsache wir haben unser Aschenlandeportal da hinten. Ach ja. Oh, ich habe die Base gar nicht eingetragen, ne? Die war hier. Warte. Hier so. Aschen Lande Base. So. Bin ich gerade schon wieder verzweifelt. Das glaube ich ihm. So. Hier ist Gott sei Dank kein einziges Vieh in der Nähe und da hinten ist neu erkundetes Gebiet. Also es ist also unerkundet. Da wird also der Generator entsprechend gleich neues Bion generieren. Zeig mal her. Was es da so Feines gibt. Ich frage mich immer noch, wie wir das mit den Portalen machen sollen. Also ich kann jetzt natürlich erst mal übergangsweise das Notportal nehmen. Ich habe ja keine andere Wahl. Aber so langfristig hätte ich das schon irgendwie anders gelöst. Ah! Da sind Bäume! Verfolgt mich jemand? Ja. Sogar mit Stern. Ein Baller erst mal. Aua! Mann! Hör auf mich zu treffen! Und schon bin ich wieder von allen Seiten umringend. So, ich stelle mich mal hier hinter. Komm mal her, bitte. So. Und tschüss. Die bekämpfen sich auch. Da ist ein Zwerg! Da war ein Zwerg! Hier leben Zwerge! Oh nein! Er hat ihn umgebracht! Du Monster! So. Sechs. Du stirbst! Und du stirbst! Gut. Wie sieht es im Inventar aus? Ja. Alles easy. Da ist noch ein Zwerg! Oder? Ich glaube, das ist ein Zwerg. Ein freundlicher. Dwerger, Schurke. Moin! Was machst du denn hier? Bist du Freund oder Feind? Definitiv ein Freund. Keine Sorge. Eine Schurkin. Ah, die haben hier so eine Spitzhüte auf. Und da sind endlich neu generierte Aschenlande. Oh, sind das da für Felsen im Wasser? Sieht ja abgefahren aus, aber wir sollten natürlich vorsichtig sein. Da ist ein Gebäude mit so einem grünen... Oh! Minas Morgul oder was? Ja, moin! Und du kommst mal her, bitte! Oh, da sehe ich ganz viel Ruinen. Liebe ich ja sowas. Ruinen. Oh! Da war ich ein bisschen zu wagemütig. Gut. Ich, äh... Würde sagen... Dass wir uns hier vielleicht irgendwo ein Mob-Portal bauen. Oder lieber doch nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist noch okay. Ich bin einfach nur sehr vorsichtig. Da ist eine Festung. Oha! Da sind bestimmt richtig, richtig brutale Feinde. Da habe ich große Angst. Oh. War guter Scharfschütze. Oh nein! Zwei Hunde! Ah! Bitte nicht! Bitte nicht zwei auf einmal. Okay. Hä? Mein Energieschritt. Oh oh. Das war knapp. Das hat mich fast umgebracht. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Gut. Also gegen diese Hunde müssen wir uns auf jeden Fall irgendwas überlegen. Weil ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Frost ist schon ganz praktisch, weil sie dadurch verlangsamt werden. Aber ich habe das Gefühl, dass... Also ich bin ja... Hm. Bin echt überfragt, was wir bei denen machen sollen. Da fühle ich mich sehr hilflos, ehrlich gesagt. Aber gut. Was geht denn hier ab? Plusti und Zapfi chillen ihre Base. Hm. Ich würde diesmal wieder meine Rüstung mitnehmen. Und... Ich weiß nicht, ob wir... Sollen wir Schiff fahren? Ich bin ja extra an der Küste langgegangen, damit wir Schiff fahren können. Aber andererseits sind bestimmt die ganzen Feinde mittlerweile... Dezimiert, ne? Wir haben uns ja den Weg sozusagen freigekämpft. Ich nehme mir mal einen Heiltrank mit. Und einen Mana-Trank. Und ich glaube, das sollte reichen. Ne? Ich probiere es einfach. Und warum das hier nicht klappt, weiß ich immer noch nicht. Ich habe auch überlegt, das Portal hier mal abzureißen. Ich mache hier mal einen Punkt hin. Gucken wir mal, ob das klappt. Ein Punkt sollte klappen, oder nicht? Ist doch ein Satzzeichen. Keine Ahnung. Aber ein Leerzeichen ist ja eigentlich auch ein Zeichen. Weiß ich nicht, was das soll. So, Energieschild. Und direkt an der Küste entlang. Lassen wir uns nicht lumpen. Geier. Ich nehme mal deine Eier. Geier. Sehr gut. Und ansonsten hoffe ich, die lassen mich einfach in Ruhe. Ich laufe einfach mal so. Und outrunne sie. Oh, wir haben gar nicht rechte Tür an. Das war jetzt nicht so clever. Och nö, nicht wieder ein Hund. Ich laufe schon. Das wird doch wieder nichts. Wir sterben doch wieder auf dem Weg. Ich glaube, ich nehme dann direkt das Schiff gleich. Ja, ich habe es ganz schön vergeigt. Ich laufe einfach. So gut es geht. Immer laufen, aufhören, laufen, aufhören. Aber ich glaube, die Hunde sind immer schneller als ich. Auch beim Wegrennen. Das meine ich. Mit diesem Jump. Und jetzt bin ich am Arsch. Ne? Da kommen sie. Das meine ich. Tschüss. Gut, wir nehmen das Schiff. Oh Mann. Oh Mann. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, als Magier sind wir vielleicht ein bisschen zu schwach. Kann das sein? Obwohl ich gerade überlege, wenn ich darüber nachdenke, dass wir nicht den Energieschild hätten, sondern wir gehen in den Nahkampf zum Beispiel. Nahkampf gegen diese Hundefiecher. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. So, ausgeruht. Gut, ich gehe nach unten. Ich schmeiße mir alles in Wands. Und wir nehmen diesmal das Schiff mit. Das neue Schiff. Da bin ich sehr gespannt. So, so, so. Und nach oben. Das Riesenschiff. So, hier. Zack. Und wir sind überladen. Super. Warte mal. Die Workbench brauche ich nicht. Wir sind trotzdem überladen, ne? Ja. Na gut. Und vor allem sind wir jetzt sehr zerbrechlich. Ich hoffe, dass uns keine fliegenden Viecher irgendwie gleich in die Quere kommen. Oh Mann. Gut. Ach, gar kein Hammer. Ich bin so ein Narr. Gut. So, Hammer. Ich glaube, hier oben war noch einer, ne? Ansonsten craften wir uns fix ein. Ich glaube, wir waren hier beim Werkzeugschrank. Jo. Hör damit. Und zurück. Und dann bauen wir mal das Monsterschiff. So. Edelholz. Eins. Und. Oh, oh. Die Geier. Die machen mich doch platt, wenn ich da mit dem Schiff langfahre, oder? Äh. Verschiedenes, ne? Hier. Boah. Wattenbrecher. Wo ist denn hinten? Ach, da ist hinten. Hm. Ich versuch's einfach mal. Ich baue mal da so hin. Oh. Der ist wohl aufgesetzt, wa? Kann ich den verschieben? Ja. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, rein da. Oh. Ganz schön groß. Oh, Mann. Die Geier werden mich so platt machen, ne? Oh, wir haben hier gar keinen Wind. Vielen Dank auch. Na, super. Oh, oh. Ich werde angegriffen. Jetzt aber schnell weg hier. Aua. Ich gehe ja schon. Oh, oh. Scheiße. Scheiße. Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Also, das ist so gut. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Scheiße. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Hm. Ich glaube, ich spule das jetzt mal vor. Und versuche einfach hinzurennen. Hier, ich haue mir so einen rein. Einen Feuerheiltrank. Einen davon. Und das war's. Und dann haue ich einfach mal... Ich laufe jetzt los. Also, ich spule das jetzt vor. Und versuche zu unserem Spot zu kommen. Wenn ich auf dem Weg dahin sterbe, so sei es, dann probiere ich es nochmal. Aber, weil das kann ich ja jetzt euch nicht antun, dass ich da tausendmal hinrenne. Und sterbe. Ich mache jetzt einfach Try and Error. Also würde ich sagen, bis gleich. Okay, ich gebe es auf. Wir brauchen dringend einen Strategiewechsel. Ich bin momentan One-Shot. Natürlich, wenn ich da lang laufe. Also, wenn irgendwas mich auch nur ein einziges Mal trifft, bin ich down. Das ist natürlich klar. Aber, ich kann jetzt natürlich mir wieder eine dicke Rüstung nehmen. Und wieder versuchen, rüber zu rennen. Und dann wieder sterben. Und dann haben wir noch eine gute Rüstung verloren. Beide Rüstungen von Magie. Und, äh... Mein Schiff sind jetzt schon weg. Und entsprechend würde ich diesmal auf Life gehen. So. Hühnchen. Fleischplatte. Das hier. Und ich nehme tatsächlich unsere beste Rüstung, die wir haben. Also Chitin. Und außerdem gehe ich gleich erstmal pennen. Weil ich bin jetzt gerade so oft hingerannt. Und ich bin gestorben. Und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Gebt mir außerdem mal den Bogen, bitte. Und was nehmen wir denn mal für ein Schwert? Äh... Keine Ahnung. Eigentlich sind mir die Schwerter auch eher zweitrangig. Gebt mir vor allem mal die guten Pfeile. So. Und... Dann die Klamon. So. Sehr gut. Ja. Und, äh... Nahkampfwaffe weiß ich nicht genau. Also Schild, habe ich das Gefühl, bringt sowieso nichts. Was haben wir denn hier? Den Chitinsperr. Oder wir nehmen Krom. Nebelbrecher. Nebelbrecher hat Frostschaden, ne? Glaube ich. Warte mal. Hat der Frostschaden? Eis. Ja. Eis und Geist. Ich glaube, dann nehme ich die Waffe. So. Und dann fühle ich mich etwas stärker auf jeden Fall, als wenn wir ganz nackt sind. Aber erst mal gehe ich ratzen, würde ich sagen. Und dann probieren wir es nochmal. Also, gute Nacht. So. Guten Morgen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt los. Allerdings, ich würde sagen... Hm... Vielleicht holen wir uns doch nochmal ein Schild. Hier, den Chitinschild. So. Dann kann ich nämlich eins... Z... Hä? Oh. Zwei. So. Hm. Ja. Fühle ich mich schon ein bisschen safer. Und ich habe zwar Heiltränke dabei, aber ich glaube, ich baller mir auch noch den Ausdauertrank... ...für Regeneration. Den hier. Und nehme mir außerdem zwei hiervon mit. Wenn der vorbei ist, nämlich. Und ich würde sagen... Wir gehen aufs Schiff. Ballern die Geier weg. Ich hoffe, 100 Pfeile reichen. Ich glaube aber ja. Ich glaube ja. Und dann... ...hoffen wir mal, dass das klappt. Der Hammer, ne? Ja, der ist es glaube ich bei der einen Leiche. Gut. So. Und dann würde ich sagen, wir... ...ballern hier direkt mal weg. So. Und du da auch. Halt. Daneben. Huch. Oh Mann. Das macht ja gar kein Damage. Das aber. Na komm her. So. Oh. Ja, doch. Da fühle ich mich doch etwas stärker, muss ich sagen. Ein bisschen immerhin. Oh oh. Wir haben immerhin blockiert. So. Halt. Bleib hier. Oh oh. Hm. Hm. So. Ciao. Und du stirbst auch. Sie haben mein Schiff zerstört. Da solltest du schnell die Sachen reparieren, äh, holen, ne? Damit die nicht despawnen. Aber du kommst erst mal her. Dich mach ich platt. So. Und dann kommt ihr her. Oh oh. Erstmal hab ich hier meinen Meister gefunden. Skelettkrieger. Der macht bestimmt saftig Damage. Hm. Komm mal her. Ausdauer ist aufgeladen. Ja, der macht auch ordentlich Damage. Aua. 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 Ich baller mir mal einen Trank. Und mach mal den hier platt. Als erstes. Nein. Daneben. Ich hab ja noch einen. Ah ne. Den kann ich gar nicht trinken. Ich hab grad noch Ausdauer drin. Gut. So. Der ist schon mal down. Hm. Guter alter Nahkampf. Oh ja. Dieses Schwert ist gar nicht schlecht. Aua. Hört doch mal auf damit. Mich zu treffen. So. Einer ist schon mal down. So. Aber ich muss auf mein Leben achten. So. Hau mich mal. So. Nahkampf also. Ja. Aber gegen diese Hunde haben wir ja gar keine Chance. Glaube ich. Machen uns sowas von platt. Wirklichkeit. Aha! б